Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girl Entertainment. Hallo zu einem neuen Video auf meinem zweiten Kanal mit meinem kleinen Würmchen, und zwar Wunschtraum, die ich ja gewonnen habe, mein gewonnenes Fohlen. Und ich habe ihr jetzt hier dieses selbst gebastelte Teil hergemacht. Warte, bitte nicht meine Handy-Cover-Schnur nehmen, bitte nicht stehlen. Ja, da bist du drauf, Träumchen, ich weiß, da bist du drauf. Aber Träumchen, wenn du jetzt eh schon so verspielt bist, so, schauen sie mal, was könnte man hier denn machen? Hm, wenn man hier ran zieht, nicht an dem Kabelbinder, sondern an dem Teil hier, dann könnte da ein Apfel rauskommen. Ah super, ja, an der Schnur bitte nicht an dem Tag. Das ist meine Handy-Cover. Ich muss definitiv ein anderes Handy-Cover nehmen, wenn ich jetzt mit meinen Pferden in der Box bin. So, Träumchen, bleiben wir mal ganz kurz da vorne, da. Und zwar hier muss die Gute einfach nur dran ziehen und dann kommt was Apfelmäßiges raus. Also, schau mal gerne vorbei. Come in and find out. Schau dir das mal an, ein kleines Wimchen. Also, meine Pferde checken es nicht ganz so. Also, die sind dann noch so ein bisschen, ja, also sie brauchen anscheinend da noch so ein bisschen, bis sie das irgendwie checken, dass man da eigentlich so anziehen muss. Und dann hier noch einmal, dann kommt hier schon was runter. Ja, das wird genau sogar vor deine Nase, ein kleines Herzchen. Okay, ich versuche es jetzt hier einfach nochmal. Ich gebe es hier oben nochmal rein. So, schau, dass da hier alles passt. Dann auch diese Apfelhälfte packe ich hier rein. So, und jetzt freue ich mich, jetzt musst du nur schauen, ich habe leider nichts. Da, schau, bei mir ist nichts dabei. Jetzt musst du nur schauen, ob sie das da jetzt checkt, dass man da an diesen Teilen hier rummachen muss. Schau mal, die dann. Also, meine Pferde brauchen da echt noch ein bisschen, bis sie das checken. Ja, den Futtertruck nochmal. Ja, es könnte was werden. Oder auch nicht. Das ist gerade mein Freund, der dann steiggekommen, der wackert interessanter. So, meine Liebe. Schau mal, du musst da, da her. Das Ding hier von meinem Handy kam, das ist, glaube ich, interessant. Ja, fein. Ja, brav. Ich sage es dir, wenn sie es wirklich checkt, das wäre der absolute Obo haben. Sie muss einfach nur dran sehen. Ja, fein. Brav. Und die Uwe Neske schaut hier so zu. Brav. Ja, fein. Ob das so es wird. Ja, brav. Ja, fein. Das muss ganz genau berochen werden. Schau, wie genau sie das riecht. Ja, brav. Sie hat vorher auf diesem weißen Kabelbindel so ein bisschen herumgebissen, wo ich mir gedacht habe, wie kann man auf diesem weißen... Ja, brav. Brav. Ja, fein. Wenn sie jetzt ranzieht, ich sage es dir. Das wäre mega. Und jetzt... Nee. Das ist das Falsche. Also man merkt, dass sie auf jeden Fall hier noch einiges zu tun hat. Und es ist auf jeden Fall eine gute Beschäftigung. Ich hoffe, dass die Apfelspalten, die ich da jetzt reingegeben habe, die noch hier oben drinnen sind, dass die bis dahin nicht verschimmelt sind. Wenn meine Pferdes das nicht ganz checken. Aber ich finde es mega cool, wenn du das selbst auch nachbasteln möchtest und schauen möchtest, checken, dass deine Pferde... Wie lange brauchen deine Pferde dafür, bis sie das irgendwie verstanden haben, dann schau dir sehr gerne mein super einfaches Anleitungsvideo an. Ja. Wunschschirm ist zumindest schon mal hier in der richtigen Umgebung. Schau dir sehr gerne mein super einfaches Anleitungsvideo an. Das ganze Teil hat mich, glaube ich, nicht einmal 10 Euro gekostet und Materialkosten. Also das ging super schnell. Und falls Träumchen oder eins meiner anderen Pferde das verstanden hat, wie das funktioniert, dann würde ich dir auf jeden Fall auch noch mal ein Update zeigen. Ich liebe ihre Miene, die ist so schön weiß. Und sie selbst ist ja auch generell so hell. Meine helle Waffel im Gegensatz zu der Eskada, meinem goldenen Fischstäbchen. Schau dir mal diese Miene an. Ja, Herzi. Du hast da auf jeden Fall noch einiges zu verstehen und zu checken. Wie kommt da jetzt genau ein Apfelstückchen raus? Wie könnte da jetzt da was rauskommen? Was glaubst du? Ja, also ob sie es jetzt checkt oder nicht, da würde ich dir auf jeden Fall noch Bescheid geben. Und halte dich auf jeden Fall am Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kostet das aber dir nicht vergessen. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Danke fürs Zuschauen. Nicht schon wieder die Handicover-Kette. Das findest du interessanter. Da vorne gibt es ein Apfelstückchen dafür. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.